So, willkommen zu diesem Video. Schon wieder eine kleine Info, ja. Und zwar könnte es aufgefallen sein, dass ich viel weniger Videos habe als zuvor. Das lag daran, dass ich ein bisschen was gelöscht habe. Deswegen sind es jetzt nur noch 558 Videos. Vorher waren es, weiß ich gar nicht wie viele. Denn ich habe alle Videos gelöscht, in denen ich Musik verwendet hatte. Und da stand übereinstimmende Inhalte von Drittanbietern. Das hat mir weder einen Strike gebracht, noch war das irgendwie schlimm. Die Videos wurden nicht gelöscht oder so. Es wurde nur Werbung auf sie geschaltet, ohne dass ich das gemacht habe. Sondern halt wegen den urheberrechtlichen Dingens, Gedöns-Typen. Und ja, da will ich einfach auf Nummer sicher gehen, dass ich da nicht irgendwie später noch einen Strike angerechnet bekomme. Weil das schon ewig her war. Deswegen habe ich die alle gelöscht. Ihr seht, NSMBU, das wird bald starten, ist jetzt kein großes Geheimnis. Hat hier das auch stehen. Das werde ich aber lassen. Moment mal ganz kurz. Bei New Super Mario Bros. 3, dem ersten Part, ist das auch der Fall. Ähm, ja, ist halt so. Aber das werde ich jetzt einfach mal lassen und hoffen, dass die nicht irgendwann gesperrt werden. Die restlichen habe ich sonst alle gelöscht. Also nicht wundern, wenn da weniger Visos sind. Das war alles, was ich euch eigentlich sagen wollte. Also, das war schon schön. Ja, das war schon.